Frage Die Frage nach der kaiserlichen Steuer. Da sagte er zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott? Bitte ergänzen. Antwort Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Die Frage nach der kaiserlichen Steuer. Daher lauerten sie ihm auf und schickten Spitzel, die so tun sollten, als wären sie selbstgerecht, um ihn bei einer Äußerung zu ertappen. Denn sie wollten ihn der Gerichtsbarkeit des Stadthalters übergeben. Und sie fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und nicht auf die Person siehst, sondern wahrhaftig den Weg Gottes lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? Er aber durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen. Zeigt mir einen denar. Wessen Bild und Aufschrift sind darauf? Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte er zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. So gelang es ihnen nicht, ihn bei einer Äußerung vor dem Volk zu ertappen. Sie waren über seine Antwort verwundert und schwiegen. Amn.